Schlecht für mich. Wegen Spieler des Spiels wird es ein bisschen eng mit zwei Toren. Zwei Tore erzielte Markus Husterer beim 5-2-Sieg der Offenbacher Kickers gegen den SV Babelsberg. Damit hätte er sich ohne weiteres als Spieler des Tages bezeichnen dürfen, wenn da nicht Julius Reinhardt gewesen wäre. Der schoss nämlich auch ein Tor und bereitete alle anderen direkt vor und brachte damit den UFC auf die Siegerstraße. Ja, insgesamt muss ich sagen, habe ich so einen Tag wie heute auch noch nicht erlebt. Mit vier Vorlagen und einem Tor. Wird schwer zu wiederholen, aber deswegen trainieren wir ja. Ich denke, die Mannschaft hat das wirklich gezeigt, nachdem wir in der ersten Halbzeit wirklich nicht wirklich gut gespielt haben. Dass wir zur Zeit einen Lauf haben, wie wir aus der Halbzeit gekommen sind, das Ding umgebogen haben und war schon gut heute. Ich freue mich trotzdem für ihn. Es ist sensationell, wie er die Dinge reinbringt. Sehr viele torgefährliche Standardsituationen, muss man auch sagen. Und deswegen auch ein riesen Kompliment an ihn. Ja, wir haben diese Woche nochmal Standards geübt, haben uns da Chancen erhofft und ausgerechnet. Und hat ja heute sensationell geklappt. Danke nochmal an die Jungs, die da in der Mitte immer ihren Kopf auch enthalten. Ja, die Standards kommen. Ich habe zum Juli schon gesagt, wir haben das Spiels gut ab. Deine Ecken sind echt grandios. Es sind ja auch nicht nur die Tore, sondern die Sachen sind ja auch schon gefährlich. Da hatten wir riesen Chancen. Und deswegen, da sind wir wirklich richtig gefährlich. Und ich denke, es war schon zu sehen, dass wir die spielbestimmende Mannschaft trotzdem waren. Wir haben halt am Anfang ein paar Konzentrationsfehler gehabt, aber das hat sich gerade in der zweiten Halbzeit extrem verbessert. Der erste Halbzeit war auch nicht schlecht. So ist es auch wieder nicht. Wir haben zwei individuelle Fehler gemacht und die haben sie knallhart ausgenutzt. Und deswegen sind wir 2-1 in Rückstand. Aber wir haben auch nach drei Minuten, wo wir das Gegentor bekommen, glaube ich, in der zwölften das 1-1 gemacht, sehr gute Moral bewiesen. Dann ab der 30. Minute, wo wir wieder 2-1 sind, sind wir auch schon sofort auf einen Ausgleich gespielt. Vielleicht hat in der ersten Halbzeit nicht alles so geklappt wie in der zweiten, aber trotzdem war die erste auch nicht schlecht. Und Fakt ist einfach, dass es dann auch sehr schwer geworden ist. Der Gegner hat das sehr gut gemacht, hat natürlich auch, bei uns hat dann eine gewisse Frische gefehlt. Das sieht man dann so von außen an. Es passte nicht alles. Es war alles sehr, ja, behäbig, sag ich mal so einfach. Es passte nicht. Und darauf auch aufgrund, weil die Gegner es gut gemacht haben, nach einem 1-1 verschenkt man einfach das 2-1. Also einfach aus dem Nichts und bekommen fast noch das 3-1 gegen uns. Und dann hätte ich dann in der Phase, ich hatte nur 8 auf der Bank, ich hätte auch 7, ich hätte alle auswechseln müssen. Und das Ergebnis, das wir dann so mit der Halbzeit nehmen, war für uns natürlich optimal. Dass wir dann in der zweiten Halbzeit uns einfach in diese Partie reingekämpft haben, das spricht natürlich auch für diese ganze Moral, die uns trotzdem die letzten Monate erarbeitet hat. So wie man sich das wünscht, dass man sagt, was soll's, wir haben uns das selbst geschuldet, auch der Gegner. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass der Gegner wieder mehr Probleme mitbekommen, dass wir gefährlich werden. Und ich weiß, dass diese Standards natürlich im Moment bei uns sehr gut kommen. Aber ich glaube auch, Standards kommen letztendlich auch nur, wenn man offensiv Fußball spielt, nicht aus Fußball. Der Gegner verschenkt die nicht, also wir haben den Gegner weiterhin unter Druck gesetzt. Und da haben wir dann die Standards bekommen und da sind wir zurzeit wirklich sehr gefährlich. Und das hat man gesehen, dass wir dann vier Standards bekommen. Wir haben sie genutzt, damit das Spiel entschieden. Das Ergebnis, ich weiß, ich würde auch dreimal schlucken, wenn man eigentlich als Gegner eine sehr ordentliche Leistung bringt und fünf Tore kriegt. Die Mannschaft hat sich nachher eine kleine rausgespielt, die war sehr erleichtert über die Führungstreffer. Und manchmal kann sowas passieren. Durch den Heimsieg ist der OFC nun seit zehn Pflichtspielen in Folge ungeschlagen. Wo soll das noch hinführen für die Kickers, die auf Tabellen Platz sieben rangieren? Ach, ich hatte mit Braunschweig, glaube ich, mal eine Serie, da haben wir 16 oder 17 Spiele nicht verloren. Von daher sind ja noch ein paar Spiele offen. Ich denke, wir tun gerade wirklich gut daran, von Spiel zu Spiel zu schauen. Unter Haching war ein ganz anderes Spiel, da haben wir auch sehr gut gespielt. Heute hatten wir es wirklich schwer, aber haben uns gut reingekämpft und haben letztendlich auch wieder verdient gewonnen. das ja also hat sich in complaint vierten Folgen! Vielen Dank.